und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja wir befinden uns heute in wien und fahren heute mit einer historischen straßenbahn wie es man schon da oben lesen kann die linie 71 und zwar fahren wir heute mit der mit dem straßmann typ e1 der dlc für dramsim ist jetzt am vergangenen donnerstag den 31 märz erschienen es gibt den ganze straßmann in verschiedenen ausführungen also ob es jetzt ein spiegel obendran ist oder in verschiedenen tür variation in bezug auf die fenster die in den türen eingebaut worden sind oder auf die fenster konfiguration allgemein oder allerdings auch ob hinten noch ein anhänger dabei ist oder eben nicht ja ich habe mich ja heute für ein repaint entschieden aus graz weil hier in graz gibt es nämlich auch einen ex wiener e1 einer von drei stück soweit ich weiß wurden die wagen 291 und 292 verschrottet aber wenn jemand das weiß kann das gerne korrigieren auf jeden fall wurden in graz drei stück von den ex wiener e1 in betrieb genommen wurden im jahr 2007 von wien übernommen und sind bis 2012 in linien betrieb gewesen und wagen wagen 293 so ist der wagen der jetzt auch bei den im tramway museum graz ist und genau das auch die passende lagierung dazu das ist das tramway museum und lagierung und mit dieser lagierung fahren wir heute auf der linie 71 wir werden uns das fahrzeug näher anschauen wir werden aber auch uns anschauen wie man die straßenbahn aufrüstet wird es ist eigentlich ziemlich kompliziert ich habe das schon vorher angeschaut und habe da auch schon lange umeinander probiert aber mit der anleitung ist das eigentlich gar nicht so schwer so dann steigen wir jetzt auch mal ein die tür öffnen bei hand genau perfekt so sieht dann mal der innenraum auch die gibt es auch in verschiedenen innenraumausstattung beziehungsweise licht ausstattungen und hier probieren sie fahrschein drucker die sitze und da kommt man nicht vorbei deswegen gehen wir mal da großer mehrzweckbereich für kinderwagen für kinderwegen die halt hier rauf kommen und rein kommen ist auch so eine sache und hier findet sich dann auch der pult fürs rückwärts fahren also fürs rangieren und die handbremse dazu sowie auch hier ein sicherungs kasten schauen wir aber später nochmal an wenn wir beim aufrüsten vorne fertig sind gut ich würde sagen wir nehmen wir die sicherheitsstange oder was das da ist weg und rüsten jetzt mal das fahrzeug auf dazu nehme ich mir hier die hilfe und wir klicken jetzt erstmal die Blüteleine an das sehen wir nämlich auch schon dass der stromabnehmer nach oben fährt automatisch und dann setzen wir uns hin und klicken uns weiter da durch dann stecken wir den umkehrhebel ein und eine position nach links dann die klappe links vom fahrerplatz und da stellen wir jetzt den batterie hauptschalter auf ein und den grammatik schalter dazu kann ich das später nochmal ein bisschen was erklären so viel ich dazu auch gelesen habe das ist eh nur ein wenig was ich da schon weiß ja dann müssen wir jetzt die ganze sicherung einschalten das können wir entweder durchschalten mit den kameratasten oder wir machen so aus dieser position hier die umformen und die heizung können wir auch mal einschalten so da setzen wir uns wieder hin und dann müssen wir zu den türen und dazu machen wir jetzt die türen mal zu und gehen hier hin oder einfach mit der kamera also mit dem pfeiltasten durchschalten und bei triebwagen stellen wir jetzt auf ohne und beim beiwagen wenn wir keine dabei haben den beiwagen stellen wir auf aus ansonsten wird diese auf ohne gestellt und da muss man hinten eben nochmal das gleiche machen was eben hier vorne auch schon ist oh da ist ein kollege da müssen wir gleich los fahren auf jeden fall das wird hier jetzt beschrieben wie man das dann im beiwagen durchführt beiwagen haben wir jetzt kein dran deswegen fällt für uns das weg und dann können wir wieder umformen und dann haben wir es eigentlich schon so dann gehen wir jetzt noch das ziel ein und die personalnummer da fehlt noch eine so und dann gehen wir hier das ziel an unser heutiges ziel ist sankt marx s bahnhof und dann schalten wir hier mit der sich durch nehme ich hier rauf das kann man zuklappen und öffnen dann hier den kasten und in diesem kasten findet sich die anzeigen dass sie mit sankt marx und dann machen wir hier wieder zu so genau das sind wir auch noch mal da kann man alles durchschalten wenn wir das gemacht haben haben wir hier vorne auch die richtige schilderung dran das richtige ziel schild ja so sieht noch mal die straßmann aus wie sie auch in graz unterwegs ist also nicht mehr im linienbetrieb aber noch zu besonderen anlässen oder so kann man sie anschauen beziehungsweise kann auch mal mitfahren wenn sie halt im einsatz ist so dann würde ich mal sagen schließt mal die tür jetzt schließe genau so und da schaut mal parallel genau weil wir können auch mit serie fahren da kann man aber nur bis zu einer geschwindigkeit bis zu 30 mh fahren wenn man aber schneller fahren will dann fahrt man mit parallel so genau da brauchen wir erstmal nichts da kann man auch stadtlicht einschalten gut und dann schauen wir uns mal den fahrplan an wir gucken mal wie spät es ist zuerst 10 uhr 10 und wenn uns da mal den umlauf heraus starten von der börse um 10 uhr 20 gibt es noch einen anderen 10 uhr 13 genau müsste jetzt hier auch übernommen werden minus drei minuten perfekt schottentor 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 oder hat er jetzt ja passt ok natürlich nichts weitergestellt gut dann würde ich sagen fahren wir mal los schottentor ich fahr das ganze jetzt mit joystick deswegen ist es so schwer gegangen deswegen ist es so schwer gegangen deswegen ist es so schwer gegangen schottentor umsteigend zu U2 37 da fahren jetzt noch einige 40 40 41 42 43 44 1 a ja leute steigen auch fleißig hier ein ja ich kann euch derweil während es noch nicht los geht erst mal sagen also das ist nochmal dazu das wagen 293 und es ist ein ex wiener wie wir ja schon wissen ex wiener nummer war die wagen nummer 47 06 hier gab es jetzt im spiel nur die wagen nummer 47 04 deswegen habe ich die genommen leider nicht die 47 06 aber im prinzip müsste es also ich bin selber noch nicht mit der in grad mitgefahren aber müsste es glaube ich soweit der wagen sein schau zumindest gleich aus ja also normal zu straßenmann selbst mal gucken wenn wir nicht verspätung haben na fahr mal los so perfekt wir sind nicht 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 aber nicht 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 das ist nicht 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 Ah, das war's. Ja, also, die Straßenbahn wurde gebaut zwischen 1967 und 1976 und es wurden insgesamt 338 einen Triebwagen von dieser Ausführung bzw. von diesem Typ gestellt, von den Wiener Linien. Und ja, diese Straßenbahn waren bis in die 2000er Jahre unterwegs, wobei sie dann ab 2000er allmählich ausgemustert wurden. Aber wie gesagt, es sind immer noch einige vom Türken unterwegs auf Linie. Und jetzt sind sie immer noch im Stadtbild von Wien zu sehen. Ups, das war gut. I always forgotten who in the rain. Let's know what I have since summer, my info changed if you can speed. Ja, und eben der E1, was man die ganze Klackern hört, ist eben diese elektronische Fahrschaltensteuerung, so genannte Geamatik. Und die Welt eben, je nachdem wie viel den Hebel nach vorne bzw. nach hinten drückt, automatisch die passende Fahrstufe aus. Beziehungsweise auch die Bremsstufe. Ringung, Volkstierapparat, Umsteigerzug, Boot 3, 46, 49, 48a. So. Ja, wir befinden uns jetzt noch am Ring, wo auch die Linie 1 fährt. Allerdings werden wir den Ring dann später verlassen und werden dann auf einer einen Trasse weiterfahren bis nach St. Marks. Wichtig ist immer erst den Hebeln nach vorne drücken, wenn auch wirklich die alle Türen zu sind und die Tür über Freigaben gelöscht sind. Ansonsten passiert es, dass der Überstromschalter oben rausfliegt und dass man den da nochmal neu reinlegen muss. Also nochmal den ganzen Hebel einmal drehen. Ja, da ist sogar ein E2 mit unserer Lackierung unterwegs. Ein ganzer Wagen ist natürlich dann auch schwierig da zu fahren, wenn man jetzt nicht mit Joystick unterwegs ist, so wie ich hier. Sondern wenn man jetzt mit Tastatou unterwegs ist, dann ist das natürlich nochmal anspruchsvoller. Weil da muss man halt immer schauen, da kann man nicht, wie beim Flexity, Gas geben und auch bremsen und so weiter. Da muss man immer schauen, nach vorne drücken, dann geht der eine Fahrstufe weiter nach vorne. Und wenn man in dieser Fahrstufe weiterfahren will, dann muss man wieder auf neutral schalten. Und beim zweiten neutral drücken geht der dafür durch die neutral schalten, also da beschleunigt er nicht mehr. Und das gleiche auch beim Bremsen. So, jetzt müssen wir schauen. Achtung! Bremsen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Stück vor können wir noch. So, das ist dann unsere letzte gemeinsame alte Stelle, gehen wir uns wieder Linie 1 teilen und ab dann geht es in den neuen Bereich hinein. Oh, da können wir schon Gas geben. Aha, das ist so eine andere Richtung. Jetzt habe ich es ja fast vergessen. Genau, diese Stange da wird hier eingehakt. Da können sich die Fahrer abstützen oder so. Sozusagen als Drängstange ist die Fahrgäste, die da einsteigen, einem nicht so sehr auf die Pelle rücken. Außerdem gibt es hier hinten noch einen Vorhang. Den kann man sich belieben hier hin verschieben. So auch bis hierher und dann hat man den Vorhang bis hierher. Dann können einem die Fahrgäste überhaupt nicht über die Schulter schauen. Jetzt fahren wir weiter. Ich mache ein bisschen Gas, damit wir gar nicht mehr drüber kommen. Jetzt habe ich jetzt gerade gemeint mit diesen schnellen Beschleunigungen. Ich habe dann ein bisschen Gas gegeben, ein bisschen mehr. Schon waren wir da auf 60. Ich glaube, in echt wäre es mit der Weiche da nicht so gut ausgegangen. Ich drücke hier noch vor, damit wir das Signal auch sehen. Natürlich, dieses Ding ist historisch wunderbar. Wunderbar ist Fahrzeug. Hier haben wir noch Heizung. Das Ding ist genau auf verschiedene Stufen. Oder die Heizung. Schaltet sich das Gebläse ein. Was brauchen wir jetzt nicht? Was brauchen wir jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kann man uns das ganze Gefährt nochmal von draußen ansehen. Hier oben die Linien, nochmal die Steckschilder, hier oben die Elektronik und so weiter, Lautsprecher. Gut, und das sehe ich schon, wir haben grün, deswegen haben wir da jetzt auch mal. Jetzt wollen wir mal hier in die Innenposition gehen, von hinten. Mal schauen, wie die Leute hier einsteigen. Ja, habe ich jetzt wieder vergessen, zu löschen, Türbeigabe. Das passiert. Rennweg, Umsteigzug hoch, 77 A, S-A, Regionalzug. Das ist ja gut. Der Mitkirch, umsteig zu. Das ist ja gut, ich habe die Karte, die Karte zu geben. Aber ich bin schwarz. Der Mitkirch, umsteig zu. Das ist ja gut. Der Mitkirch, umsteig zu. Der Mitkirch! Das ist ja gut. Perfekt. Die erste Tür wird wieder manuell gesteuert, also die aufgedrückt werden kann sie selbstständig. Manuell wird sie zugemacht. Die restlichen Türen schließen wieder von alleine. Dann geben wir noch ein bisschen Gas. Ich glaube wir haben Verspätung, ja eine Minute. Der ist jetzt Vollgas, also man merkt, er beschleunigt schon relativ schnell. Das wird auch wirklich Kraft. So, dann gucken wir mal. Wie lange mögen wir hier wieder warten. Da werden wir noch einsteigen. Dafür brauchen wir keine Türvergabe geben für die erste Tür. Noch jemand. Kommen sie rein, kommen sie rein. Noch ist es rot. Da kommt wahrscheinlich niemand mehr. Oder doch noch. Da nicht. Da kann man auch die Prolos runter machen. So. Da haben wir jetzt auch Grün. Dann fahren wir los. Bisschen zügig. Wenn man noch mehr Verspätung. Wenn man noch mehr Verspätung. Dann fahren wir los. Alle einsteigen bitte. Alle einsteigen bitte. So. Wir haben Grün. Der ist jetzt Vollgas. Und das ist jetzt so. Mein Stadt ist in der Rückzug auf 6 Tiefel. Wir können weiter. Aber wir können jetzt mit 5 Minuten. Ich wollte mich bei dem Auto was gefahren. Da war ich mal. Ich wollte es auch nicht mehr. Am Ziel sind wir jetzt aber noch nicht, da geht es eben falsch, weil es die vorletzte Station, bevor wir dann in Sankt Wax angekommen sind. Jetzt ist es ein bisschen wie das war, da hat das Telefon für den Platz. So, dann warten wir mal wieder an der roten Ampel. Dann geht es hier vorne zu unserer letzten Haltestelle und fahren wir noch einmal nach rechts ein, durch ein Kreislaug hier durch und dann werden wir an unserer Pausenhaltestelle stehen. Ja und dann zeige ich euch noch kurz, was hinten drin ist, in dieser kleinen Kiste dort, also in dieser, wie soll ich nennen, in den abgeschlossenen Bereich zum Rangieren. Das zeige ich euch noch kurz. Damit wir da auch mal einen Blick drauf geworfen haben, wollte ich eigentlich am Anfang zeigen, allerdings habe ich das vergessen. der Blink fahrt aber geradeaus. Der Blink fahrt aber geradeaus. So, dann bitte alle mal aufsteigen. haben wir hier auch schon. die Blink fahrt aber auch schon. Dann haben wir da noch. Ah! Komm dazu. Okay, dann geht's durch den. Und lass noch die mal weiß. Mit dem System, von dem bin ich irgendwie noch nicht zurecht gekommen. Deswegen lassen wir jetzt mal weiß. Und dann später... Ah! Und da ist es schon wieder passiert. Zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. So. So. Dann fangen wir hier einmal auf die Brücke. Dann hier einmal in die Brücke. Dann hier einmal in die Brücke. Und da bleiben wir hier stehen. So. Dann öffnen wir die Tür nochmal. Dann können wir die Handbremse jetzt anziehen. So. 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 Dann können wir das jetzt nicht zeigen. So. 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 Teve prepared. Von hier kann wir rein schauen. Hier befindet sich da noch der Scheine für die Heizung. Ein Pumpelshalter und noch ein Heizungsschalter. Hier haben wir dann noch die Handbremse. zum branchieren und im Prinzip ist hier dann das gleiche, nur im kleinen Format wie vorne. Auch die Knöpfe zum aufdrücken der Türen. Dann ist es hier außen die Knöpfe zum aufdrücken der Türen. Ja ansonsten ein sehr schönes Fahrzeug und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, lasst gerne einen Daumen und ein Abo. Daumen nach oben und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare was ihr von dem Fahrzeug hier hält. Und wie ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video wieder, bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Vielen Dank.